Wir freuen uns, dass er heute hier ist und begrüßen alle gemeinsam Bernd Hackel. Ja, die Kleine ist quasi ein Jungpferd, es ist ein bisschen was gemacht. Versteht ihr mein Bayrisch? Ja? Okay. Das erste, was ich jetzt sehe, ist ein Pferd, das ein, zwei Zucker macht und schaut so ein bisschen. Es sind viele Scheinwerfer, sie ist auch so ein bisschen geblendet, aber sie ist relativ cool, finde ich, und nimmt das Ganze recht sportlich. Zack und drauf damit. Bombs. Und nochmal Bombs. Super, Ella, du bist ja eine gescheite Maus, gell? Ich sage, ich bin ein Quader, was erwartest du? No Friday. Richtig. Werft ihr den vor die Füße und zieht dran. Nimm mein Pony mit. Okay, das kenne ich von da vorne. Alles klar, muss ich drauf treten? Nein, musst du nicht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank.